Heiner-Wer werden jetzt manche fragen, andere den Namen zumindest mal gehört haben. Mehr aber auch nicht. Obwohl Heiner-Wer einmal der berühmteste und kühnste Dramatiker Ostdeutschlands war. Und darum auch dieses Feature. Mit der Selbstdemontage des realen Sozialismus 1989, so schrieb er im Bewunderer Heiner Müllers, hätte sich an der Bewertung Heiner Müllers nichts geändert. Und diese Aussage ist offenkundig falsch. Sonst gäbe es kein Heiner-Wer. Sonst würden unglaublich viele Menschen, unglaublich viele Leser, nicht nur den Namen Heiner Müller kennen, sondern sein gesamtes Werk. Sehen wir einmal davon ab, dass man über den Begriff, den unser Bewunderer Heiner Müllers hier verwendet hat, realer Sozialismus streiten kann. Denn dass aber auch nur irgendetwas am sogenannten Sozialismus der DDR real gewesen sein soll, wird heute jeder bezweifeln. Es hat sich sehr viel geändert an der Bewertung Heiner Müllers. Es ist sehr still geworden um ihn, der von den 70er Jahren bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein mehr als nur einfach der deutsch-deutsche Modeauto der Linken schlechthin war, sondern ein Schrittster von geradezu orakelhafter Autorität, wortgewaltiger Dramatiker und Lyriker, einer trostlos düsteren und zudem schwer zugänglichen Geschichtsmänneranschulie, die keinen Fortschritt mehr zu kennen schien. Noch ehe, bitte, noch ehe 1989 die Berliner Mauer gefallen und der gesamte Ostblock mitsamt der Sowjetunion in sich zusammengebrochen war. Dass Heiner Müller diesen Status weitgehend eingebüßt hat, hat mehrere gewichtige Gründe, die in meinen Augen sehr viel auch über unsere Gegenwart, natürlich mehr über unsere Vergangenheit, sagen wir von 1945 bis zum Palermauer 1989, verraten. Zum einen, zum ersten, könnte man auch sagen, war Heiner Müller ähnlich wie Günter Grass und übrigens auch Christa Wolf, ein Gegner der deutschen Wiedervereinigung, in der er eine Unterwerfung erblicken wollte. Und zugleich, wie Spolterer war, seine sarkastischen Späße darüber vom Stapel zu lassen. Als ein Fernsehmoderator dazu sagte, nach der Wende gab es doch viele Probleme, Leute haben ihre Armeid verloren, manche haben sich sogar umgebracht, erwiderte Heiner Müller, ja, sicher, es gab auch negative Entwicklungen. Trotz dieses schwarzen Pessimismus wirkte er mit seiner Gegnerschaft auf einmal wie ein Autor von gestern, der zwar zu seiner Zeit unerbittlich gedacht dabei, aber an vieles unerbittlich nicht gedacht, mit dem Zusammenbruch nun wirklich nicht gerechnet hatte. Und der doch irgendwie enttäuscht darüber war. Zweitens war Heiner Müller ab 1989 sein wichtigster Gegner, die Staatsmacht der DDR, die ihn zunächst zum Schweigen gebracht, dann hofiert und zugleich immer gehasst hatte, abhandengekommen. Drittens hatten seine Werke von der Tragödie des großen linken Menschheitsexperiments gelebt, dass es nun einfach nicht mehr gab. Was sollte er da noch schreiben? Viertens, Heiner Müller stellte zwar den Bankrott des Kommunismus-Terrors in wahrhaft mythischen Ausmaßen auf die Bühne, doch gerade dieser Bankrott und vor allem das mythische Pathos, das damit einherging, taten der Medial der Linken gerade keinen Abbruch so seltsam das klingen mag. Wenn Fortschritt Sozialismus hieß, Fortschritt also nur sozialistisch zu haben war, war das von Heiner Müller beschworene Ende des Sozialismus das Ende des Fortschrittsgedankens und des Fortschritts an und für sich. Das für viele bekräftigte, dass Fortschritt, wenn auch nicht mehr zu haben, weiterhin nur im Sozialismus zu suchen war. Der Wunsch nach einem Ausbruch aus dem Terror blieb von der Vergeblichkeit unberührt. Dass es einmal eine Revolution von unten geben würde gegen ein sich selbst als revolutionär gerierendes Regime, dann hätte man diesen westlichen Linksintellektuellen 1980 gesagt, sie hätten einen ausgelacht, nie geglaubt und sie hätten einen einen, pardon, Faschisten genannt. Denn sie waren die Antifaschisten. Und wer nicht ihrer Meinung war, war er eben Antifaschist. Heute ist in Vergessenheit geraten, dass viele westdeutsche Kritiker große Freunde der DDR waren, die der mehr oder weniger heimlich für das bessere Deutschland hielten und es nach 1989 nie gewesen sein wollten. Darum rasch, rasch auch von ihrem Heiner Müller Abschied nahmen um nur ja nicht an ihre Verfehlung erinnert zu werden. Und man könnte hier nun sehr, sehr wohltönende Namen über Namen nennen. Von Leuten genug Leben hoffentlich noch weiter leben werden. Aber Schwarzseilisten gehören weiß Gott nicht in mein Ressort. Fünftens will es heute niemand und nicht einmal mehr an den Universitäten mit Werken zu tun haben, die man sich fast schon erkämpfen muss unter der Devise Kunst macht Mühe. Selbst Heiner Müllers Regisseure gestanden sich ein, Heiner Müller nicht so recht verstanden zu haben, aber sein Pathos, wie ich es vorher nannte, und seine Unverfrorenheit und wahrlich die formale Kühnheit schüchtern ein. Sie schüchterten ein und machten aus seinem Publikum einen Kreis Eingeweihter, Auserwählter und der Kreis war ziemlich groß. Mit Ehrfurcht bewunderte, ja vergötterte man ihn wie andere Louis-Ferdinand Selin. Und wie bei Selin ist Geschichte bei Heiner Müller Schlacht und Massaker, Grausamkeit, Verstümmelung und Tod. Und sie ist bis bei Heiner Müller umso mehr, da die große marxistische Utopie vom neuen Menschen, die eben jene Geschichte abschaffen wollte, gescheitert ist. Mehr noch, da sie jene Geschichte noch weiter ins Monströse trinkt. Alle Werke Heiner Müllers und kreisen obsessiv genau diese Paradoxie. Jeder Versuch, die Geschichte revolutionär zu verändern, schafft die alte Ordnung nicht ab. Die alte Ordnung kehrt nur mit verändertem Antlitz. Zurück. Die Revolution ist nicht von jenem Terror zu unterscheiden, der Kraft dieser Revolution beseitigt werden sollte. Die wussten allerdings schon Goethe oder Hannah Arendt. Und so ist das Heiner Müllers Werk, so vermute ich zumindest, ein etwas angestaubtes Museum geworden. Mit einer Ausnahme. Dem Zyklus Volokulamska Chaussee. Es handelt sich um ein Kurzdrama, lässt sich jedoch zur Lyrik rechnen, mit seinen raschenden, zählmend lehnten Schnitten, über Blendungen herandrängenden, transgressiv überwältigenden Bildkaskaden. Heiner Müller wollte in diesem Werk nachholen, was er als Versäumnis, das ist sehr wichtig, als Versäumnis der Literatur nach 1945 begriffen hat. Das Literatur kaum schilderte, dass der Zweite Weltkrieg eben eine Tragödie für Russen und Deutsche war. Und dass sie bis in die Gegenwart um 1953 hineinreicht und natürlich darüber hinaus. Das Versäumnis der Literatur so Heiner Müller hätte den Rechten immer wieder Auftritt geben können. Zitat aus seinem Memoiren Krieg ohne Schlacht. Das Tempo der linken Verdrängung stand in beiden Nachkriegsdeutschland, BRD wie DDR, dem Tempo der Rechten nicht nach. Ich, so Müller, kenne keinen bedeutenden Roman, in dem die Tracks und die Schrecken der Befreiung ein Thema sind. Nur Dokumente und Berichte. Das Tempo solchen Vergessens schafft ein Vakuum. Die Linke in der BRD hat sich an Auschwitz erinnert, nicht an Stalingrad, ebenso die DDR, die sich gleich als ein Volk von Antifaschisten gab. Nur bei Konzalik kommt Stalingrad vor, in der Trivial-Literatur. Und eben nun in der Volokulamska-Chaussee. In der ersten Szene, ich nehme das nun vorweg, damit die Lesung des Werks leichter für euch wird. In der ersten Szene ist ein Kommandeur der Roten Armee gezwungen, einen Deserteur hinrichten zu lassen, um die Disziplin seiner Truppe wiederherzustellen. Wenn es so ist, grundsätzlich, wenn es so ist, dass der Wert eines Kunstwerks, eines literarischen Werks, davon abhängt, dass ich den Schluss nicht kenne, dann ist das Werk in meinen Augen nicht sonderlich viel wert. Das gilt zum Beispiel von den Moby Dick. Wir alle wissen, wie der Moby Dick endet. Oder nicht? Dennoch lesen wir ein zweites und drittes und viertes Mal. Ja, nur mit größerem Genuss. Stirbt nun Lord Voldemort, ja oder nein? Und das war die Frage vor einiger, ja vor langer Zeit. Ja, was wird er sonst tun? Harry Potter wird natürlich unterliegen. Damals wurde, in diesem Jahr wurde der Begriff Schlussverreiter geprägt und nun zurück. Also, der Kommandeur ist dazu gezwungen, einen Deserteur hinrichten zu lassen, um die Disziplin seiner Truppe aufrecht zu erhalten oder im Grunde wiederherzustellen. Er gerät dabei nun in ein Dilemma, das uns auch im Alltag begegnen kann und das sich in den folgenden zwei Teilen des Stücks respektive des Gedichts oder Poems wiederholen wird. Der Kommandeur verteidigt mit der Hinrichtung zwar die russische Revolution, aber er verteidigt sie mit einer Methode, die jene Revolution eigentlich weghaben wollte. In der zweiten Szene degradiert ein Kommandant seinen Bataillonsarzt wegen Feigheit. Doch für diese Degradierung fehlt es ihm an Legitimation. Ich bin die Sowjetmacht, sagt er herrscherlich, wieder um die Ordnung seiner Truppe aufrecht zu erhalten und maßt sich damit eine vorrevolutionäre Autorität an, die ihm die Militärhierarchie der Sowjetmacht eigentlich verbietet. Die dritte Szene spielt im Juni 1953, da es in der DDR Realiter zu antistalinistischen Aufständen kam, die von Sowjetpanzern gewaltsam niedergeschlagen wurden. Wer sich mehr dafür interessiert, für dieses Thema 1953 in der DDR, dem lege ich nahe, das Drama Die Plebeja-Proben den Aufstand von Günter Grass zu lesen. Da geht es übrigens auch um Recht, der eine Figur des Dramas ist. Protagonist dieser letzten dritten Szene ist der Direktor des VEB Oktober der Fortschritt, also des volkseigenen Betriebs Oktober der Fortschritt. Er ist ein linientreuer Kommunist, der sich unter den Nationalsozialisten einst weigerte, eine Hetzschrift gegen Kommunisten und Juden zu unterzeichnen und dafür ins KZ kam. Nun aber ist er bereit, den Aufstand seiner eigenen Leute 1953 niederwerfen zu lassen, abermals um die Sicherheit der noch jungen DDR zu gewährleisten. Er stellt sich gegen den Willen der Arbeiter zugunsten eines Machtapparats, dem er früher den Gehorsam verweigert hat. Nachdem der Aufstand gescheitert ist, empfiehlt es einem Untergebenen, der auf der Seite der Aufständischen war, schnell eine Selbstkritik zu schreiben. Mögen sich so Heiner Müller die Formen der Gesellschaft äußerlich ändern, bleiben die Strukturen dieselben. Zugleich macht sich der Untergebene also bereitwillig zum Verräter am Volksaufstand. Die Lage ist aussichtslos. So wurde aus der Volokolamske Chaussee ein Nachruf. auf die Sowjetunion und auf die DDR, die hier schon in ihren Anfängen tot war. 1987 lag die Volokolamske Chaussee der Zensur vor. Lag sogar auf dem Tisch Erich Honeckers. Es kam weder zu einem Ja noch zu einem Nein. Niemand wollte entscheiden. Und Heiner Müller wusste, es war zu Ende. Er sagte sich, wenn sie dich nicht mehr verbieten, wenn sie das hier nicht mehr verbieten, ist es aus. Volokolamske Chaussee auf die Deutschen. Tags hörten wir die Front, nachts sahen wir sie. Die Deutschen hatten, was wir brauchten, Panzer, Flugzeuge, den Hochmut der Sieger. Meine Soldaten hatten Angst und wenig mehr. Angst ist die Mutter des Soldaten und der erste Schnitt geht durch die Nabelschnur und wer den Schnitt verpasst, stirbt an der Mutter. Meine Soldaten kamen von der Schule, im Kino hatten sie den Krieg gesehen, ich war ihr Kommandeur und meine Angst war die Angst vor ihrer Angst. Und näher kam die Front und von der Front die Deserteure. Wo kommt ihr her, Genossen? Aus dem Kessel. Der Deutsche, habt ihr ihn gesehen? Wie kämpft er, der Deutsche? Habt ihr ihn gesehen? Gesehen? Der Horizont aus Panzern ist der Deutsche, der auf dich zufährt, so. Ein Himmel aus Flugzeugen ist der Deutsche und ein Teppich aus Bomben, der sich über Russland legt. Du wirst ihn selber sehen und den du aufwachst vom nächsten Schlaf und vielleicht wachst du nicht auf vom nächsten Schlaf. Wohin so heilig bleibt, erholt euch von der Front. Erzählt, Genossen, so gingen die Gespräche in den Feuern. Ich hörte sie und las in den Befehlen vom Regimentsstab. Hitler sagte der Welt, der Weg nach Moskau, nur noch ein Spaziergang. Es gibt sie nicht mehr, die Rote Armee. Mein Zeigefinger fuhr die Zeilen ab und meine Hände hielten das Papier. Die Worte schlugen ein in meinen Kopf wie Blitze und ich wusste ohne Denken, ihr Weg nach Moskau ist nur ein Spaziergang, wenn wir geschlagen werden und ich wusste, geschlagen werden wir nicht von den Panzern, von keinem Flugzeug oder Bombenteppich. Was uns schlägt, ist der General, der Angst da ist und nur wenn wir entschlagen, siegen wir. Ich sah den Fluss, er wäre schön gewesen, vielleicht mit Blättern und Blüten. Mir war er nicht tief genug, kein Hindernis für Deutsche und der Wald am Gegenufer ein Maler hätte ihn vielleicht geliebt, ich hasste jeden Baum und jeden Strauch, weil er ein Feuerschutz war für die Deutschen. Man sollte ihn ausreißen, diesen Wald und wieder die Gespräche an den Feuern. Wir kommen von der Front, wir haben Hunger. Erzählt uns von der Front und esst euch satt. Um erzählen, morgen ist sie hier, die Front, dann könnt ihr Hochzeit halten mit dem Deutschen, nachdem euch das Fell juckt. Hochzeit einheizen dann mit den Deutschen. Ihr, pass auf, dass ihr dir nicht das Fell verbrennt. Ich stand und hörte ihr Geschwätz und die Gelächter hohl wie aus dem Bauch von Toten und sei im Morgengrauen ihre Gesichter grau und ich sagte, was für Lieder singt ihr? Seid ihr Soldaten oder Klageweiber? Wer hat euch beurlaubt von der Front? Der Deutsche, sagten sie und lachten nicht mehr. Ich sagte, an die Wand gestellt gehört ihr. Ja, sagten sie, solange noch eine Wand steht. Wo wir herkommen, siehst du keine Wand mehr. Meine Hand griff schon nach dem Revolver. Aber ich hörte meine Stimme sagen, esst unser Essen und marschiert zurück in euren Kessel. Wenn euch ihr Leben das wert ist und euer Tod. Sehe ich euch morgen hier, ist es die Wand und wer ist die Letzte, für die der Krieg hier stehen lässt. Sie ging ihr nicht zurück in ihren Kessel. Verschwanden in der Nacht in Richtung Moskau und andere kamen mit grauem Gesicht und streuten Angst. Ich wusste, ich muss jäten, sonst schießt das Unkraut, das den Deutschen schmeckt. Liebe zum Leben ohne Krieg und Tod, die aus Soldaten Deserteure macht. Ich weiß den Tag und werde ihn immer wissen, er bleibt in mein Gedächtnis eingebrannt mit den zwei Salben, die ich hören werde, bis man mir meinen Anteil Erde gibt. Die Front kam näher, sparsam fiel der Schnee. Beim Rundgang durch die Gräben trug der Wind mir in die Nase den Geruch der Angst, die den Soldaten kalt im Nacken saß. Ins Ohr ihr Flüstern wartet nur auf den Deutschen. Der Deutsche greift nicht an da, wo du glaubst. Das hat er nicht gern. Und was hat er gern, der Deutsche? In die Zange nimmt er dich und dann, dann bist du selber dir der Nächste und bete, dass du einen Wald zuhand hast. Sonst hast du keinen Freund mehr, nur der Wald ist dein Freund, der Deutsche geht nicht in den Wald, verstehst du. Vor dem Wald hat er Respekt, der Deutsche. Neue Lieder aus dem Kessel, man sollte ihnen auf die Köpfe schlagen. Zermürbt hat sie der Deutsche, dachte ich, der Krieg steht im Beginn. Sie sind am Ende. Man sollte ihnen auf die Köpfe schlagen und ihre Köpfe streicheln, möchte man. Pack, dachte ich, dass unser Brot schlingt und mit seiner Angst meine Soldaten füttert. Erschießen sollte man sie auf dem Fleck. Ich wusste nur, dass Schrecken treibt die Angst aus. Ich sah Stahl glänzen im Gebüsch, am Ufer, im Laub versteckt, ein Schütze am MG. in Ordnung, fragte ich. Und er, in Ordnung, die Braut ist aufgeputzt zur Hochzeit, nur der Bräutigam verspätet sich, der Deutsche. Ich hatte keine andere Sprache mehr. Ich zielte auf den Fluss und schoss den Gurt leer, als wäre es ein deutscher Fluss, das Wasser tanzte. Wann spielen wir den Deutschen auf zum Tanz, wann wird das Wasser rot von ihrem Blut sein. Ich schrie Alarm und zu den Waffen und ein Schrei ging um. Die Deutschen, wie ein Echo, das eine Bergwand einer anderen zuwirft. und eher als ein Schrein war es ein Flüstern, das durch die Gräben lief mit einem Atem, als wären sie schon neben uns, die Deutschen. Soldaten sprangen aus den Gräbern, tauchten zurück. In ihre Gräben sprangen wieder auf aus den Gräben wie Puppen und Draht. Dann lief der Erste in den Wald. Er war nicht der Letzte, alle rannten mit, bis einer Halt rief. und nicht mit meiner Stimme. Ich stand neben mir und starrte auf das Schauspiel. Die Hand am Lauf der Waffe, mit der ich auf meiner Bühne zwischen Wald und Fluss den Deutschen Pacht gegeben hatte. Und mit viel Erfolg die Flucht war der Applaus, weil mir die Worte ausgegangen waren. 2000 Kilometer weit Berlin, 120 Kilometer Moskau. Nicht eh die Ersten stehen, blieben aufgehalten von der Stimme, die Halt riefen, machten kehrt und standen vor mir wie bekehrte Heiden zwischen Angst und Scham und andere liefen weiter, merkte ich den Schmerz in meiner Hand, verbrannt vom Stahl. Ich saß in meinem Bunker, Blick am Boden, hielt mit der Hände meinen Kopf und dachte, was muss ich tun, dass dieser Menschenhaufen ein Bataillon wird vor der ersten Schlacht. dann kam der Leutnant und die Zeit stand still. Genosse Kommandeur, ein Gruppenführer ist in den Wald gelaufen mit den anderen und das ist nicht das Schlimmste. Nicht das Schlimmste, was noch. Er hat sich in die Hand geschossen. So, in die Hand geschossen und das weiter. Nichts weiter, Genosse Kommandeur, ein Unfall. Genosse Kommandeur, es war kein Unfall. Und was hast du getan? Hast ihn erschossen? Verbunden habe ich ihn und arretiert. Er wartet draußen. Ich will ihn nicht sehen. Warum hast du ihn nicht erschossen? Ich weiß nicht. Und ich soll es wissen. Wie? Bring ihn da rein. Genosse Kommandeur, ich bitte um Verzeihung. Sag die Wahrheit. Das ist mein Zufall. Ich weiß selbst nicht, wie. Ich bin gestolpert, als ich in den Wald lief. Bin in den Wald gelaufen mit den anderen. Das war nicht richtig. Man versteckt sich nicht vom Feind. Obwohl, Genosse, Kommandeur, Sie wissen selbst, das war nur eine Übung. Keine Deutscharbeit und breit. Nur eine Übung. So. Und der Schuss. Deine Hand. Das ist die rechte. Wie? War auch nur eine Übung. Du hast dich nicht geschont. Wie? Bis aufs Blut hast du geübt. Wie? Hast du Schmerzen? Ja, Genosse Kommandeur. Vielleicht hast du die Hand nicht mehr gebrauchen können. Und vielleicht kann dich der Krieg nicht mehr gebrauchen. Mit deiner Hand. Zu wenig als Soldat. Vielleicht, Genosse Kommandeur. Hör auf zu lügen. Geh mir aus den Augen. Nein, bleib. Soll ich dir sagen, was du bist? Das bist du, ein Feigling und Verräter an der Heimat. Die Wunde blutet noch. Ein sauberer Schuss. Es ist das letzte Mal, dass du dein Blut siehst, das du vergeudet hast. Und nicht für uns. In einer Stunde hast du deinen Frieden. Und keine deutsche Kugel mehr für dich. Genosse Leutnant bringen sie ihn weg. Ich will ihn nicht mehr sehen. Und seine Gruppe soll ihn erschießen vor dem Bataillon in einer Stunde. Das ist mein Befehl. Der Leutnant fragte, haben wir das Recht? Ich sagte, mein Befehl wird ausgeführt. Und war es Unrecht, soll man mich erschießen. Sie schreiben den Bericht, Genosse Leutnant. In einer Stunde. Die Stunde dauerte mein Leben lang. Sechzig Minuten kurz war seine Stunde. Jede Minute eine Ewigkeit. Im offenen Viereck stand das Bataillon. Und kein Gesicht war wie das andere, aber auf mein Kommando klappten die Gewehre mit einem Laut wie ein Gewehr und etwas wie stolz war in mir. Dieser Menschenhaufen aus Stadt und Steppe wird ein Bataillon. und Scham war in mir über meinen Stolz und Wut und Trauer. Braucht es einen Toten oder den Blick auf einen solchen Tod, damit ein Bataillon ein Bataillon wird? Und vor der Front der Mann, der sterben sollte, weil ich befohlen hatte, dass er stirbt. Wie anders hätte ich befehlen sollen. 2000 Kilometer weit Berlin. 120 Kilometer Moskau. Meine Soldaten zitternd vor dem Feind, der halbe Europa unterm Stiefel hatte. Das Peloton war aufmarschiert. die Gruppe, die er geführt hatte und nicht geführt, weil er sich selber nicht befehlen konnte in seinem kurzen Augenblick der Feigheit. Er suchte die Gesichter ab mit Augen, in denen grau das Wissen um den Tod stand und tausend Augen sahen durch ihn hindurch, als ob er schon vor Tod durchscheinend wäre. Er hatte keinen Platz für seine Hände, die rechte Steife im blutigen Verband. Kein Koppel, kein Gewehr, kein Rangabzeichen, kein Nebenmann. Der ihm den Wind abhielt und einen Gott hatte er auch nicht mehr, mit dem er teilen konnte seinen Tod. Kein Vaterland, sich seiner zu erinnern. Ich stand in seinem Mantel froh im Wind. Der Lärm der Front klang wie ein Liebeslied. Mit geschlossenen Augen sagte er und grüßte mich mit der zerschossenen Hand. Genosse Kommandeur verzeihen Sie und lassen Sie mich kämpfen an der Front. Ich sagte, zieh den Mantel aus, das ist dein Soldatenmantel, du bist kein Soldat mehr. Mit drei Fingern der zerschossenen Hand knöpfte er langsam seinen Mantel auf. Dann wurden die Gewehre angelegt und warteten auf mein Kommandofeuer. Die Rücken der Soldaten und das Schwanken ihrer Gewehre fragten mich, warum? Mir war, als ob der Wind sogar stillstände. Dann wurde er zum Sturm in meinem Kopf. Mit geschlossenen Lippen sagte ich, zieh deinen Mantel an. Ich? fragte er. Den Mantel soll ich nicht erschossen werden? Und ich? Nimm deinen Platz ein. Wirst du kämpfen? Und ja, ich werde kämpfen, sagte er und wollte seinen Mantel anziehen. Fall mit der verbundenen Hand nicht in den Ärmel. Er lachte mit uns von der Last befreit, die eine Stunde lang schon auf ihn drückte, mit dem Gewicht der Erde, die entdeckt. Zehn Hände zerrten jetzt an seinem Mantel, damit er den Ärmel fand. Und her und hin und das Gelächter nahm kein Ende. Dann riss der Film und mein Kommando wischte das Bild weg. Feuer! Und die Salbe krachte aus zwölf Gewehren wie ein einziger Schuss. Und lauter war kein Schuss in diesem Krieg. Die Salbe war das Stolz des Kommandeurs in seiner Uniform und mein anderes Ich wollte den Toten um Verzeihung bitten für diesen Tod, der meine Arbeit war, so wie er mich gebeten hatte vorher um einen anderen Tod als in der Schande. Für seinen Augenblick der Feigheit etwas zog meine Hand zum Gruß an meinen Helm, zur späten Antwort auf den letzten Gruß mit der zerschossenen Hand und ohne Helm und Mitleid mit Verrätern ist Verrat, sagte der Kommandeur, Hand an Revolver, gebt ihm den Mantel wieder und begrabt ihn. So ging den ersten Schritt mein Bataillon auf unserem Weg von Moskau nach Berlin. Und immer geht der Tote meinen Schritt. Ich atme, esse, trinke, schlafe nachts. In meinem Kopf der Krieg hört nicht mehr auf. Die eine Salbe und die andere Salbe gehen zwischen meinen Schläfen hin und her. Die Medaillen glühen auf meiner Brust, wenn er zu mir spricht mit geschlossenen Lippen und hebt zum Gruß seine zerschossene Hand, den ich erschießen ließ und nach dem Kriegsrecht als Feigling und Verräter an der Heimat im Kriegsjahr 41 im Oktober 2000 Kilometer weit Berlin 120 Kilometer Moskau 2 1 2 1 2 3 4 5 7 8 9 8 Vielen Dank.